Hallo Kackbratzen! Mario 64 war wohl der erste Plattformer, der diesen ganzen 3D-Kram richtig machte. Der Controller des N64 war jetzt zwar so schön zu bedienen, wie etwa ein Glas mit rohen Eiern auf X zu trinken. Aber erstaunlicherweise funktionierte die Bedienung relativ gut. Die Kamera war zwar noch etwas zickig, aber insgesamt konnte man den leicht pummeligen Mario ganz gut durch die Level schubsen. Nintendo hat hier wirklich eine sehr große Arbeit geleistet, die dazu führte, dass nach Mario 64 gefühlt alle 5 Minuten ein neuer 3D-Plattformer auf den Markt geworfen wurde. Aber halt! Was ist, wenn Mario 64 vielleicht gar nicht wirklich allein auf Nintendos Mist gewachsen ist? Könnte es sein, dass man für die Entwicklung des Urvaters der 3D-Plattformer sich vielleicht an der Arbeit eines anderen Entwicklers bedient hatte? Wir schreiben das Jahr 1994. Milchschnitten waren damals mindestens noch doppelt so groß und eine kleine Entwicklerbutze namens Argonaut, die bereits für Nintendo den sagenhaften Super FX-Chip gebastelt haben, mit dem Spiele wie Star Fox erst überhaupt möglich wurden, schraubten an einem Konzept namens Yoshi Racing, das das Beste aus Super Mario und Mario Kart vereinen sollte. Voller Eifer präsentierte man das halbfertige Projekt, dann Nintendo, mit der Hoffnung, dass die leicht schwurbelige Spiele-Klitsche ihnen dann das Spiel mit Kusshand aus den Armen reißen würde. Miyamoto dankte den unterbezahlten Nintendo-Sklaven von Argonaut recht herzlich, behauptete aber, dass man bereits ein ähnliches Spiel zu Hause habe, was eine verdammte Ohrfeige für die kreativen Superhirne war. Dank den undankbaren Arschkrampen packte Argonaut dann alle sieben Sachen, nahmen ihr Yoshi Racing Prototyp mit und ließen auch ein unfertiges Star Fox 2 zurück, auf das man verständlicherweise keinen Bock mehr hatte. Zum Glück blieben die Leute nicht allzu lange arbeitslos. Fox Interactive hatte enorm viel Mitleid und war auch ein wenig scharf auf deren Talent, worauf sie dann Argonaut erstmal für umgerechnet 2,50 Euro ein neues Alien-Spiel entwickeln ließen und danach sollte der Yoshi Racing Prototyp im neuen Gewand ebenfalls zum Leben erweckt werden. Jetzt kam es, dass 1996 Nintendo endlich ihren neuen Blockbuster Mario 64 in den Handel brachte. Und die Leute von Argonaut konnten ihren Augen nicht trauen. Denn es schien so, als ob Nintendo schamlos ihren Yoshi Racing Prototypen kopiert haben. Nintendo ersetzte natürlich zuvor Yoshi mit Mario und konzentrierten sich ausschließlich auf die Plattform-Einlagen, aber im Prinzip baute der angeblich beste 3D-Plattformer aller Zeiten auf die Vorarbeit von Argonaut auf. Die Leute ließen das natürlich nicht auf sich sitzen und konnten dank Fox im Jahr 1997 endlich ihren einstigen Prototypen fertigstellen. Wobei man jetzt nicht unbedingt enorm viel Arbeit reinsteckte, um diesen Titel so perfekt wie möglich zu machen. Und anstatt Yoshi mit einem neuen Charakter zu ersetzen, lackierte man den kleinen Dino einfach um und ersetzte den roten Schildkrötenpanzer mit einem kackbraunen Rucksack. Fertig war Krok, der neue Held des 3D-Plattformer-Genre. Der Hype, den Fox damals mit dem Spiel erzeugte, sollte allerdings dem Endergebnis nicht wirklich gerecht werden. Der angebliche Mario 64-Killer, der auch andere Größen wie etwa Crash-Fanty Dendikuti dem Erdboden gleich machen sollte, strauchelte am Ende an der eher schlampigen Umsetzung. Ich möchte hier jetzt nicht die Herzen der Hardcore-Fans brechen, aber Krok ist im Grunde ein stinknormaler und komplett linearer Plattformer ohne einen Hauch von Originalität und Abwechslung. Die Steuerung ist streckenweise sehr fragwürdig, was aber nicht bedeutet, dass dieser Titel unspielbar ist. Krok bereitet eben manchmal nur enorm viel Frust. Die Story von Krok ist aber zumindest ein kariesverursachendes zuckersüßes Ding. Eines schönen Tages entdeckte König Rufus, der Anführer der Gorbos, ein Volk aus orangfarbenen Fellklumpen mit großen Augen, einen einsamen Korb, der langsam flussabwärts treibt. Ich frage mich, wo ich diese Geschichte schon mal gehört habe. Jedenfalls fischt er den Korb aus dem Wasser und entdeckt darin ein weinendes Krokodilbaby, das er dann wie sein eigenes Kind großzieht. Die friedliche Idylle im Land der Gorbos sollte aber eines Tages bitter enden. Der fiese Baron Dante eroberte mit seinen Danktinis genannten Schergen das Land der Fellklumpen, um sie dann als Sklaven für sich arbeiten zu lassen. Mit letzter Kraft konnte König Rufus einen magischen Vogel beschwören, der das kleine Krokodil in Sicherheit bringen sollte. Die Aufgabe von Krok ist es nun alle Gorbos zu retten und Baron Dante mächtig in den Arsch zu treten. Das Setting klingt jetzt mehr so 0815 und auch die Aufgaben, die unser kleines Krokodil erledigen muss, ist jetzt der glatte Standard. Man hüpft und läuft durch eine Vielzahl an Level, rettet Gorbos und sammelt in jeden Level Schlüssel ein, um irgendwelche Käfige zu öffnen. Dazu gibt es noch normale Kristalle, mit denen man sich ein Extra-Leben verdienen kann und natürlich gibt es eine Menge Plattform-Einlagen. Anstatt aber nun schöne und große 3D-Welten zu erzeugen, wie wir sie etwa auch in einem Mario 64 gesehen haben, dampfte man die Level in Krok auf ein Minimum ein. Im Prinzip schlendert man durch geweitete Korridore oder Höhlen und versucht irgendwie das Ende zu erreichen, indem man von A nach B läuft, Gegner tötet, Hindernissen ausweicht und über Plattformen springt. Wie etwa auch in einem Band-Kuti-Crash, nur eben auf Valium. Und das hat einen sehr, sehr guten Grund. Zum Glück bewegt man sich nur im Schneckentempo voran, denn Argonaut hatte das zwanghafte Bedürfnis, in jeden der Level sich bewegende Plattformen einzubauen. Das mag an sich noch kein Problem sein, aber wenn man mit einer ähnlich guten Steuerung, wie wir sie in einem Bazzi 3D finden, rumkämpfen muss, dann kann das zu einem Problem werden. Schlimmer wird das Ganze noch durch den kleinsten Schatten aller Zeiten, so dass wir kaum eine optische Hilfe haben, um zu sehen, wo unser Krokodil landen wird. Die Landung wird somit zu einem absoluten Glücksfall. Ah! 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 Die Steuerung ist eigentlich fast noch vertretbar, solange man mit dem Analogstick spielt. Vermutlich bin ich nach all den Jahren so verweichlicht, dass ich schon nach 5 Minuten mit dem Steuerkreuz einen Krampf im Daumen bekomme. Mit dem Analognippel funktioniert auch die Richtungsänderung fast butterweich und man muss nicht erstmal mühsam das Panzerkrokodil in die richtige Richtung buxieren. Leider gibt es eine klitzekleine Verzögerung bei der Eingabe und besonders deutlich wird das, wenn man mit Krok auf die kleinen Plattformen hüpfen möchte. Dies führt oft dazu, dass unser Held, wenn er zu dicht am Rand steht, erst gar nicht springt und dann volle Kanne sich den Arsch in der Lava verbrennt. Es kann aber auch sein, dass man aufgrund der eher schlecht positionierten Kamera einfach zu weit springt und man ebenfalls wieder in der Lava landet. Ah! 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 Und wie kann man Sprünge auf kleine Plattformen, die gefährlich über Lavagruben schweben, noch besser machen? Ganz einfach, man lässt Feuerbälle unkoordiniert aus der Lava springen und ab und zu setzt man die Plattformen zusätzlich in Bewegung, um im Spieler so viel Frust wie möglich zu erzeugen. In Kombination mit der zuckersüßen Musik, die im Hintergrund vor sich hin klimpert, erzeugt das Spiel die größten seelischen Schäden, die man sich vorstellen kann. Nun gibt es wie in einem jeden Plattformer auch eine Menge Gegner, gegen die man kämpfen muss. Leider hat man eine mehr als fragwürdige Kollisionserkennung in das Spiel geworfen, womit der Kampf oft zu einem Krampf mutiert. Feinde werden generell mit dem Schwanz des Krokodils ins Jenseits gepustet. Allerdings muss man sich erst günstig vor seinem Feind positionieren, der in der Regel natürlich nicht stillstehen bleibt. Mit einem Dreh versucht man nun den Schwanz in Bewegung zu versetzen, wobei man natürlich nicht zu weit und nicht zu nah am Feind stehen sollte. Und dank der absolut grützigen Kamera ist das natürlich nicht immer so einfach. Gegner bleiben allerdings nicht tot, sondern werden schon nach kurzer Zeit wieder zum Leben erweckt. Trifft uns ein Feind, verlieren wir auch alle zuvor mühsam eingesammelten Kristalle. Hat man 100 Stück von den normalen Glitzersteinen gesammelt, gibt es wie bereits vorhin erwähnt ein Extraleben als Belohnung. In Anbetracht der Kack vielen Lavafallen, der sich bewegenden Plattformen und der sehr ungünstigen Hitbox, ist die Wahrscheinlichkeit allerdings sehr gering. Diese Kristalle sind allerdings ziemlich wichtig, denn sie dienen als Puffer. Solange man ein paar Kristalle in seiner Hosentasche hat, kann man nach einem Unfall sofort mit dem Spiel weitermachen. Hat man alle Kristalle aufgeraucht, wird man beim nächsten Zusammenstoß mit einem Feind oder einem Sprung in die Lava mit einem Leben weniger aufwachen. Pro Level gibt es auch erwähnt 5 verschiedenfarbige Spezialkristalle, mit denen man dann in einem jeden Level ein Bonusspiel freischalten kann. Die sind zwar ganz nett, aber leider auch nur ein kleines Trostpflaster angesichts des sehr unfair gestrickten Gameplays. Insgesamt hat man augenscheinlich in fast einem jeden Level eine Menge zu tun. Man drückt Schalter, um Plattformen erscheinen oder bewegen zu lassen, zertrümmert mit einer Arschbombe Kisten, in denen sich entweder Kristalle oder Gorbos befinden und versucht so gut es geht ohne den Verstand zu verlieren am Ende den Gong zu schlagen, damit uns der magische Vogel in ein neues und noch frustrierenderes Level bringt. Das ist alles. Argonaut wollte uns Krog als großartigen Mario 64 Killer verkaufen. Schließlich war ja ihr Prototyp erst der Schlüssel zum Erfolg des Nintendo Blockbusters. Aber anscheinend ging der Umfang des fertigen Spiels nie wirklich über den Prototypen hinaus. Das Design der Level ist repetitiv und auch wenn man in den Außenwelten um sein Überleben kämpft, spürt man statt der Freiheit trotzdem irgendwie eine beklemmende Enge. Aber das ist jetzt jammern auf sehr hohem Niveau. Krog sieht auch heute noch sehr sehr gut aus. Die Modelle und die Welten wurden wirklich schön umgesetzt und alles wirkt so unglaublich niedlich. Selbst die großen Bosse. Alle Charaktere sind ziemlich gut animiert worden und einer jeden Welt hat man versucht einen ganz eigenen, aber trotzdem fast immer gleichen Stil zu verpassen, der auf Dauer etwas öde wird. Erstaunlicherweise läuft das Spiel auch ziemlich flüssig. Es gibt zwar immer mal wieder die typischen Texturfehler, aber ansonsten hat man eine einwandfrei Arbeit geleistet. Unvergesslich ist auch der Sound. Der Titelsong nistet sich wie ein Bandwurm im Gehirn ein und einige der Melodien wird man sein Leben lang nicht vergessen werden. Vermutlich auch wegen der posttraumatischen Belastungsstörung. Und wer kann bitte nicht die absolut käsig-süßen Sprüche unseres Helden vergessen, wenn er mit seinem Arsch mal wieder eine Kiste zertrümmert oder einem Feind seinen Schwanz ins Gesicht donnert. Krok wurde auch schon damals nicht seinem Hype gerecht und es ist definitiv kein Mario 64 Killer, noch kann es mit einem großartigen Bish Candy Gut mithalten. Das einzige was dieses Spiel auf Dauer killen wird, ist eure Geduld. Die Steuerung ist zwar nicht ganz so beschissen wie in einem Babsy 3D, aber schön ist was anderes. Trotzdem muss man dieses Spiel und den kleinen Yoshi-Verschnitt einfach liebhaben. Auch nach all den Jahren hat dieses Spiel nichts von seinem ursprünglichen Charme verloren und wenn man einen Sack voll Geduld mit sich bringt, dann wird man auch heute noch sehr viel Spaß haben und das, trotz all der vielen Mängel. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der darf sich auch gleich den zweiten Teil holen. Die Steuerung ist zwar immer noch schlecht und die Kamera sogar weitaus schlimmer, aber trotzdem ist es ein fantastisches Spiel, das man unbedingt mal gespielt haben muss. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Tritra 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 Trit